Ich bin seit neun Jahren Regionalkreisleiter, seit kurzer Zeit Delegierter bei der DGQ. Qualität bedeutet für mich die Freiheit, Sachen zu organisieren, zu strukturieren und andere zu begeistern, weil von alleine machen die Mitarbeiter das nicht. Also Qualitätssicherung bedeutet bei uns, wir qualifizieren Lieferanten, wir prüfen die einkommende Ware, wir machen die Prüfvorgaben, machen Erstbemusterungen, Prüfmittelverwaltung, Prüfmittelfähigkeitsanalysen, also all das, was so um das Produkt herum erledigt sein muss. Die DGQ steht für mich für Qualität. Ich kriege einfach Informationen und das nicht immer erst nach zwei, drei Jahren, wenn irgendwas aktuell wird. Dafür sind diese Veranstaltungen hervorragend. Ich glaube nicht, dass es was Gleichwertiges gibt zur DGQ. Man lernt so viele Leute kennen durch die Arbeit mit der DGQ. Ich bin DGQ-Botschafter, weil es mir einfach Spaß macht.